und diese Dua kommt an und diese kleine Taten kommen an bei Allahu Azza wa Jalla, das ist besser für dich. Weißt du wie viel? Wie man das ausgerechnet hat? 83 Jahre Ibadat für eine Nacht. Es gibt auch natürlich Muslime, die schlau sind. Die beiden wären schlau. Die haben ein ganzes Jahr die Moschee von innen nicht gesehen. Ja, vielleicht eventuell beim Freitag, wenn er Zeit hatte. Aber, Leilet al-Qudr, Leilet al-Qudr. Ich muss heute Leilet al-Qudr. Ansuch anziehen, Gravata anziehen, wohin? Ja, ich muss heute Leilet al-Qudr. Allah, Allah. Subhanallah. Ja, warum, Akhi? Ja, 83 Jahre. Ich werde heute viel Hassanat bekommen. Nein, du bekommst keine Hassanat. Ich habe gesagt, am Anfang, wenn der Monat anfängt, Ramadan, nie! Zuerst mal Absicht. Und Qawles Zohr. Weg. Und dann bekommst und wenn du wirklich, Mascha Allah, Allahu Azza wa Jal, dich ausgesucht hat und hier verziehen hat, das ist Dunya, und Akhirah. Das ist Pesifikanz mit Dunya. Rasulullah Sallam hat seinen Fuß, Al-Tahirah, auf der ersten Treppe von Mimbal gemacht. Er sagt, Amin. Mit seinen Füßchen, zweite Treppe, Amin. Auf der dritten Treppe, Amin. Sahaba, was macht ihr da? Was sagt ihr denn das? Hatte sie noch nicht so etwas gemacht? Sagen die Sahaba, ja, Rasulullah, du hast etwas gemacht, was du sonst nicht getan hast. Oder getan hast. Du hast beim ersten Treppe gesagt, Amin. Was hast du damit gemeint? Sagt er, Sallallahu alaihi wa sallam. Jibril kam zu mir, Gabriel kam zu mir und sagt, wenn jemanden Eltern hat und bei ihm sind, älter geworden bei ihm und hat er sie nicht geholfen oder im Stich gelassen, Hurim. Was heißt Hurim? Er ist abgebannt. Er ist weg von Allahs Barmhertigkeit. Was hat der Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt? Amin. Zweitens, wenn jemanden meinen Namen hört, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah, Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, und sagt man nicht, sallallahu alaihi wa sallam, Hurim, ja, dritten, wenn jemanden bleibt noch am Leben, bis Leilatul Qadr kommt, diese Nacht im Ramadan, kommt, und wurde ihm nicht verziehen, Hurim. Was heißt Hurim? Er ist verbannt von Rahmatullah alaihi wa sallam, von Barmhertigkeit von Allah alaihi wa sallam. Wo landet er? Natürlich in der Hölle. Und darum sollen wir wirklich versuchen, diese Leila, diese Nacht zu erreichen, irgendwie. 83 Jahre, kannst du versuchen, mal die zu beten, sie zu erreichen, diese Hassanat von einer Nacht zu erlangen, zu bekommen. Aber wie gesagt, nicht warten, bis diese Nacht kommt. Muss man sich dafür vorbereiten. Es ist gar nicht so schlimm. Man sagt, ja, ganzen Tag nicht essen, ganzen Tag nicht trinken. Wallahi, werden sie nichts davon merken. Wenn du, wirklich, von Anfang an machst, und sagst, was ist da dabei? Wie oft sind wir ganzen Tag ohne Essen, ohne Trinken geblieben? Was passiert? Gar nichts. Wenn du zu Hause nichts zu essen hast, oder bist du unterwegs, auf der Reise, was passiert? Nur dieser Scheitan macht dir das alles noch schwer und komplizierter und Subhanallah. Was macht man noch in Ramadan? An-Sahal ibn-Sahd r.a. An-Hudiz al-Sahabi al-Jalil sagt, dass der Rasul sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, la yazal unnaas b-khayr ma yujjjlu ma ajjjlu ajjlu al-Fitr. Was heißt das? Die muslimen die sind immer noch al-Khair. Geht es denn immer gut? Solange die, wenn der Maghrib kommt, wenn der Tag gefastet ist und Maghrib Zeit kommt, Iftar kommt, soll man sofort essen. Ala khair. Gibt es viele muslimen die sagen, ich warte lieber noch zwei, drei Minuten. Das ist Bid'a. Das ist Bid'a. Wenn der Maghrib da ist und du bist am Fasten, sobald der der Minute kommt, ajjjlu sofort. Gibt es nicht später noch eine Minute Vorsicht halber und Wallahe, ich habe gesehen in manchen Ramadanzeiten die Brüder, die machen noch absichtlich noch zwei, drei Minuten extra. Das ist nicht Sunnah. Das müssen wir wirklich darauf achten. und imsäk, imsäk. Allah Azza Wajala hat gesagt, külü wa schrabu hatta yatabayyan lakum lakum lakayt 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 ein bisschen fäger nicht fünf minuten oder zwei minuten vor hier das geht nicht Sunnah ist nahnu